Irgendwann während der eisigen Januartage 1974 geht bei einer Probe das Heizmaterial aus. Klaus Ecki und Micky machen sich darum auf, aus einer ca. 40 Meter entfernten Stallung Nachschub zu holen. Per Hand befördern sie die Kohlen in einen dort aufgefundenen Sack und zerren diesen in das abendliche Schneegestöber hinaus. Trotz der gleitfreudigen Schneedecke haben die drei für die nächste Viertelstunde ganz schön zu asten. Dieser Hergang, den ein auf dem etwa 400 Meter entfernten Wachturm stehender Betriebsschutzangehöriger des VEB-Sprengstoffwerkes durch sein Fernglas wahrnimmt, muss recht dubios anmuten. Das Wurftraumobjekt gehört zu diesem Betrieb und schnurstracks und pflichtbesessen informiert der Turmbächter telefonisch seine Kollegen. Während der Ofen wieder wohlige Wärme spendet und die Band sich in ihre Musik versenkt hat, tritt ein heftig eingeschneiter Werkswachmann zur Tür herein. Nachdem er die Jungs begrüßt hat, erbittet er sich Auskunft über den von ihnen in aller Finsternis transportierten Gegenstand. Man hielt, es ist schwerlich zu glauben, die Aktion für eine Kriminelle und den Kohlensack für ein mögliches Opfer. Jetzt, nachdem die Musikanten ihre Unschuld bewiesen haben, bieten sie ihrem Besucher einen für diese Jahreszeit angebrachten Grog an. Der sich in durchgefrorener Verfassung befindliche Schutzmann lehnt auch keineswegs ab. Nach einer guten Stunde begibt er sich wieder retour, um ja nicht den kurz bevorstehenden Schichtwechsel zu verfehlen. Gelegentlich lud der mit einigen Offizieren der in Salzälmen stationierten sowjetischen Garnisonen befreundete Sektionsleiter der Sportschützen diese in sein Privatbüro. Auch dieses Mal ist es wieder soweit. Einem Militärjeep entsteigt ein prächtig beleibter russischer Oberst. Der Fahrer, ein untertäniger Sergeant, trägt eine Kiste der raren und heiß begehrten Biersotte Pilsener Urquell in das Büro. Der Tontauben-Oberschütze gibt Micky und Co. zu verstehen, von jeder Störung seiner Geschäftigkeit abzusehen und den Lärmpegel in Grenzen zu halten. Dann verschließt er hinter sich die eherne Feuertür. Der Fahrer muss bei bitterböser Kälte im Jeep ausharren. Gute zwei Stunden später öffnet sich die Bürotür und heraus kriecht der Gastgeber auf allen Vieren. Mühevoll macht er deutlich, man möge doch den Sergeanten hereinholen. Der Abtransport des in der Hinterstube im eigenen oralen Auswurf liegenden russischen Abgesandten müsse jetzt erfolgen. Der rein physisch überforderte Soldat erhält die tatkräftige Hilfe der Musikanten. Stöhnend vor Anstrengung schleppen sie zu viert den bestimmt dreieinhalb Zentner wiegenden Menschenkörper zum Fahrzeug. Mit Schwung und so richtigem Anzählen werfen sie ihn kurzerhand durch die geöffnete Hecktür des Wagens. Dieser geht beträchtlich in die Knie. Nun schlägt sein Sauf Ausgenosse torkelnd und mit immenser Wucht die Blechtür zu. Der Karren setzt sich in Bewegung und zum Abschied kräht er hinter dreien. Das nächste Mal wird es noch schöner. Überhaupt nicht schön wird es für die Band, als man deren Machenschaften aufdeckt. Die Inventarliste der Spiritosen weist ein recht beträchtliches Defizit zu den real existierenden Lagerbeständen auf. Zu allem Überfluss gibt die hauseigene Verstärkeranlage nicht nur ihr letztes, sondern auch den Geist auf. Mit der Androhung die Scheißkapelle vor den Kadhi zu ziehen, werden sie im Februar des Hummelbergs verwiesen. Mickis Meinung über den Sektionsleiter. Erst machte er uns Mut und dann zur Schnecke. Für Bedauern und Reue gibt es scheinbar in seiner Existenz keinen Platz. Zu dieser Zeit kommt Micky in Gestalt eines Felix-Meyer-Hof erneut mit Jörg Schnitzler zusammen. In puncto Avantgarde-Musik funken sie auf einer musikalischen Wellenlänge. Die zwei produzieren schon bald ihre gemeinsamen Werke wie Der Griff zum Schalter, Bewegungsarmut und Sternartikulation mit gemeinsamen Punkten. Die Titel entstehen in Jörgs gesamten Wohnbereich. In jedem Wohnzimmer befindet sich ein Akteur sowie ein Mikrofon. Die Zentrale ist ein selbstgebautes Mischpult im Kinderzimmer. Hier laufen die Signale der fünf bis sechs Aufnahmequellen zusammen und werden in ein Tesla-Stereotonbandgerät weitergeführt. Jörgs Bruder ist mit seiner Mutter verreist. Man fühlt sich ungestört. Thomas Grieshammer Irgendjemand pinkelte in die Badewanne und zog die Klospülung, während ein anderer sich im Esszimmer an den Seiten des Pianos vergriff. Im Flur bearbeitete ein weiterer das Türglockenspiel. In der Küche wurde mit Töpfen geklappert und auf der Wasserkesselfeife geblasen und im Schlafzimmer ein Wecker aktiviert. Das war ihre Musik. Sehr genau weiß Miggi, dass die Avantgarde musikalisch keine Dauerlösung ist. Da kommt es ihm gerade recht, als Ex-Bassist Glatzel und dessen Kollege vom Abendstudium, ein Keyboarder namens Udo Münchu, Kontakt aufnehmen. Zusammen mit Klaus Wehrmann soll er in einer sich neu formierenden Gruppe mitwirken. Man ist einverstanden. Nun werden regelmäßig Verhandlungen im Salz-Elmer-Restaurant am Schwanenteich abgehalten. Bassmensch Grimpe bleibt erneut außen vor. Ekkigi, und wieder einmal ließen sie mich hängen. Klaus und Miggi müssen einen Kompromiss eingehen, denn Ronny und Udo halten mit ihrer Vorliebe für die sogenannte Oldi-Musik nicht hinter dem Berg. Über einen neuen Namen wird man sich nicht einig und Vorschläge wie Pharao werden schnell wieder verworfen. Während einer dieser Zusammenkünfte, sie lässt sich nur mit Gelage umschreiben, wird es Miggi so richtig übel. Irgendjemand am Nachbartisch lässt seine Hochschätzung für eine Rockband erkennen und einiges an Bier und Korze dieser Zug kommen. Am Tresen stehen ein russischer Feldwebel und ein Soldat und jedes Mal, wenn Miggis Sotolette und an diesem vorbei muss, prosten sie ihm freundlich zu. Als er das dritte Mal vom WC kommt, drücken ihm die Rotarmisten einen Drink in die Hand. Ist die Aufforderung, mit der sie ihn anstiften, das Glas mit ihnen in gleicher Ex- und Hop-Manier zu leeren. Stogramm definiert hierbei das Fassungsvermögen des Glases. 100 Milliliter Wodka rinnen während einer innigen und brüderlichen Umarmung Miggis Speiseröhre abwärts. Diese Zeremonie wiederholt sich einige Male. Dann wollen sie ihm ihren vor der Tür stehenden Ural einen riesigen russischen LKW verkaufen. Dessen Motor konsumierte auf einen Kilometer sage und schreibe einen Liter Benzin. Ein Bandbus für 3000 Mark. Irgendwann ist es alles zu viel für ihn und Miggi treibt es an die frische Luft. Doch die tut ihm alles andere als gut. Hier läuft ausgiebig sein Magen in den Mund und von dort heraus. Der russische Soldat hält ihm hierbei die Haare von hinten fest, um sie vor einer Kontamination durch den Auswurf zu schützen. Einige Zeit später wankt Miggi wieder zum Tischplatz zurück. Als sei nichts gewesen, nippt er schon wieder am Bier. Er spürt nicht den fassungslosen Blick der Gästeschaft. Was wissen die denn schon von den klischeehaften Allüren eines Rockgitarristen? Seine Jacke ist besudelt mit frischem Erbrochenen und in den Mundwinkeln und langen Haaren kleben Wurst- und Krautsalatpartikel. Ingredienzien des Abendmahls.